In diesem Video zeige ich euch eine weitere Variante von einem Pizzateig. Wir verlängern die Gärzeit auf 24 Stunden, so baut sich der Hefegeschmack etwas ab. Dann backen wir die Pizza auf dem Backstein von Römertopf und ich zeige euch noch eine Variante, wie man die Pizza lecker belegen kann. Oben verlinke ich euch noch mal den schnellen Pizzateig und jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß bei diesem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.